Also, vielen Dank, das war Made in France, ein Stück von einem fantastischen Kollegen von Bérémy Lagren, damals als Wunderkind des Gypsy Swing gefeiert. Und ich sag mal so, wer von euch am 3. März 2020 noch nichts vorhat, das werden die meisten sein, das ist ein Diensttag, also wirklich der prädestinierte Tag der Veranstaltung. Es ist mir gelungen, wir spielen, Volker und ich, wir spielen mit Bérémy Lagren am 4. März in Hannover und am 5. eben in Ludenhof bei Speyer. Und wir haben jetzt einfach mal nachgefragt, ob man nicht Lust hat, am 3. ein kleines Konzert mit uns in Viersen zu spielen, das ist ja nicht weit entfernt. Es gibt noch ca. 20 Tickets, also nach während der Pause heißt es schnell sein, wir in Fressehahn schauen, in Karina, 3. März zusammen mit Bérémy Lagren im ganz kleinen Arm, 2. 100 Leute werden da sein und ja, das ist, glaube ich, eine einmalige Gelegenheit. Sollte man erwarten. Jetzt ein Stück von einem fantastischen Komponisten, eine Nummer, die ich geschrieben habe, das in aller Bescheidenheit. Ich weiß, Bescheidenheit kommt immer gut an im Publikum. Und es ist eine Hommage an den großen Meister, Django Reinhardt, der natürlich unsere, ja, die größte Inspiration überhaupt für diese Art Musik ist. Und ihm ist das Stück natürlich auch beliebt. Da-la. Boah, ciao. Viel Spaß. Und ihm ist das Stück. 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 Musik 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 Amen. 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 Amen.